Hallo ihr Lieben, ich bin es heute mal wieder. Einige wissen von euch ja schon, dass ich gerade einen Knoten im Kopf habe und die Stricknadeln erstmal gegen die Nähnadel ausgetauscht habe. Ich habe jetzt in der letzten Zeit ein paar Beutel hergestellt. Das hier ist der Flötenbeutel von meinem Sohn. Der hat sich Spider-Man gewünscht mit einem roten Innenstoff. Hier seht ihr schon die Flöten. Und ja, ich muss jetzt Flöte lernen. Etwas schwierig, aber wir werden es schon meistern. Also kann ich demnächst die Hintergrundmelodie selber flöten. Gut, dann hat meine Tochter einen Beutel gebraucht für die Kita. Die ist ja jetzt in die Kita gekommen. Da habe ich hier so einen Pilzstoff gefunden, den mit so einem kleinen Braunstück kombiniert. Und grün hänkeln. Das Innenfutter ist auch grün. Beide Beutel sind gefüttert, dass die halt auch ein bisschen was aushalten können. Und der ist für ihre Kleidungsstücke, ihre Ersatzkleidung. Dann habe ich hier noch einen angefangenen kleineren Beutel für ein Strickprojekt von mir. Das habe ich diesmal im Patchwork-Style gemacht mit Karos. Also Vierecke, die ich praktisch eingenäht habe hier mit offenen Seiten. Das ist mal was Neues. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hätte ich auch umdrehen können, dann wären es Pfeile geworden. Das Innenfutter davon kommt dann noch in diesem Rot dazu. Ist aber wie gesagt noch nicht fertig, noch nicht gefüttert und nichts. Dann des Weiteren habe ich mir mal was geleistet. Ein bisschen weiter weg, die ist schon gefüllt. Ich habe mir eine Ottobre gemacht. Ist eigentlich relativ einfach, die Tasche. Ich habe sie jetzt nicht mit Stylefix gemacht, weil ich brauche das nicht, dass die dann unbedingt so extrem steht. Weil sowieso immer sehr viel drin ist. Das Innenleben habe ich hier mit diesem Rosenstoff gemacht. Ich habe hier den Reißverschluss. Na, geht auf. Da könnt ihr es sehen. Meine Knabberei hinten. Gut. Sind schon die Windeln drin und so. Ich habe mir hier wie gesagt eine kleine Seitentasche gemacht. Auf der anderen Seite, da ist eine kleine Innentasche. für Krimskrams. Und ich finde die recht praktisch. Ich habe mir nur die Henkel wahrscheinlich ein bisschen zu lang gemacht. Weil ich bin nun von Natur aus etwas klein gewachsen. Und ja. Ein bisschen zu lang. Gut. An der Stelle mache ich Schluss und zeige euch dann gleich, was ich noch am Stricken habe. Nur eine Sache noch hinzu. Es wurden so viele Fragen gestellt über das Strick-Nadelmäppchen. Dass ich mich entschlossen habe darüber, also wie ich das gemacht habe, ein Video zu drehen. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Dadurch, dass ich keine Halterung für die Kamera habe, ist es etwas schwierig. Aber ich werde es versuchen, euch alles so genau wie möglich zu erklären. So, das war jetzt der kleine Überblick, wie gesagt, über die Sachen, die ich mit der Nähnadel gemacht habe. Ich zeige euch gleich noch, was ich in Arbeit habe beim Stricken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, ihr Lieben. Da wäre ich wieder. Jetzt zeige ich euch, woran ich gerade arbeite. Und zwar habe ich in der Facebook... Oh, es ist schon spät. Es ist schon 0 Uhr. Entschuldigt bitte. Ich habe in der Facebook-Gruppe den Ding zu Wallyhack gepostet gehabt. Dort wird gezeigt, wie man so ein tolles Tuch häkeln kann. Das ist jetzt hier für meine Kleine. Dann habe ich es hier für meinen Großen mit einem Knopf dran. Das trägt auch wirklich sehr gerne. Und dann bin ich dabei, für mich eins zu machen. Das ist auch wirklich sehr schwer. Es sind schon 300 Gramm Wolle hier drin. Also, man verbraucht ziemlich viel Wolle davon. Das ist jetzt hier die Katia Polaris. Eigentlich eine sehr schöne Färbung. Ich muss mal schauen, ob ich was habe, was dazu passt zum Anziehen. Mir gefällt es sehr gut, aber mir ist es einfach noch nicht groß genug. Mir ist es hier von der Breite her hier vorne einfach noch nicht breit genug, dass ich mich reinschling und einkuscheln kann. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich einfach noch weiter noch mehr drauf häkel oder es so lasse. Dann arbeite ich zwei farbigen Stricken und zwar fehlt hier nur noch der Daumen. Ich habe eigentlich auch vor, dieses Jahr zum Wichteln gibt es praktisch Fausthandschuhe. Wie ihr sehen könnt, der eine, der ist schon fertig, da brauche ich bloß noch hier die Endfäden verstechen. So sieht er aus. Einmal von vorne und einmal von hinten. Und der andere ist praktisch von den Farben her genau gegen einen Satz gestrickt. Da fehlt bloß noch der Daumen. Und dann halt die Fäden verstechen. Und der passt super. Also damit, für mich, ich bin total zufrieden damit. Ich bin auch ehrlich am überlegen, ob ich die selber behalte, weil ich die einfach echt toll finde. Dann geht es weiter mit zweifarbigen Mützen, weil meine Kinder sich neue Mützen gewünscht haben. Da habe ich jetzt das hier, das ist die große für meinen Sohnemann. Der liebt der Rot. Und dem habe ich praktisch so ein Herzchenmuster drauf gemacht mit einem zweifarbigen Bündchen. Und bei meiner Kleinen war ich dann noch etwas mutiger. Da bin ich mit den Abnahmen nicht so ganz konform geworden. Deswegen sitzt die, ist die Spitze sehr spitz geworden. Da kommt dann noch eine Bommel drauf. Da fällt das nicht ganz so auf. Da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das mit den Abnahmen besser geregelt kriege. Das Muster habe ich hier von den Handschuhen. Übrigens die Anleitung für die Handschuhe habe ich mir zusammengestellt aus den Dropsanleitungen. Und hier habe ich wieder das zweifarbige Bündchen geübt. Bisschen Orange mit reingemacht. Ja. Dann wurde ja gewünscht, dass ich mich mit dem Raclan beschäftige. Und rausgekommen ist das jetzt. Ich habe ja bereits gestanden, dass ich mich mit Raclan gar nicht so auskenne. Der wurde jetzt von unten nach oben gestrickt. Es ging eigentlich. Ich habe es nach einer Anleitung von Drops gemacht. Das ist jetzt für ein ein bis drei Monat altes Kind. Da fehlt noch der Knopf. Ich bin mal gespannt. Ich tüftel noch ein bisschen rum. Lässt mir dabei also noch ein bisschen Zeit. Ich arbeite dran. So, des Weiteren. Mir wird es ja immer so schnell langweilig. Nein, kleiner Scherz am Rande. Ich arbeite eigentlich schon wirklich lange da dran. Ich habe auch schon ein Bild gepostet, in der Facebook-Gruppe. Ich versuche ein Dreieckstuch und einen Schal zu designen. Bis jetzt bin ich soweit. Das Ganze ist natürlich jetzt noch nicht gespannt, noch nicht glattgezogen. Nix. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. Das ist praktisch ein Lochmuster oder Gleismuster, das sich immer wiederholt. Hier habe ich dann jetzt eine Reihe gemacht. Und ich bin dabei, die Anleitung schriftlich zu verfassen. Aber erstmal muss ich den fertig stricken und so machen, wie ich ihn gerne haben möchte. Ist ein bisschen schwierig, weil ich es jetzt schon ein paar Mal wieder aufgerippelt habe. Ich musste auch extra neue Nadeln dazu kaufen. Und das Ganze, wie ich schon gesagt habe, als Schallvariante. Mal gucken. Da bin ich eigentlich schon sehr zufrieden damit. Da sieht man es auch auf dem hellen Untergrund ein bisschen besser. Das ist praktisch das Hauptmuster. und das ist dann das Ende hier. Und ich bin so mit dem Schall eigentlich ganz zufrieden. Ich muss jetzt noch den zweiten Teil stricken. Also ich habe hier von der Mitte aus angefangen und habe dann die Mitte ist ungefähr hier und habe dann praktisch von der Seite dorthin gestrickt. Und jetzt stricke ich von hier nach da. Wenn ich soweit bin, was allerdings noch ein bisschen dauern kann, dann werde ich euch das natürlich zeigen, wie man das macht. Ich bin mir aber mit der Maschenaufnahme, weil man hier so einen Unterschied dann hat, bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da muss ich mal gucken, ob... Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich sehe es. Das ist dann etwas, was mich dann schon wieder ärgert. Weil ich weiß, dass das dort dann der Absatz ist und hier das Loch zum Beispiel nicht richtig rauskommt. Und so kleine Fehler gibt es hier durch diese Art der Maschenaufnahme. Hier seht ihr das. Das ist irgendwie entweder zu locker oder was. Ich weiß es noch nicht, wie ich das verhindern kann. Jedenfalls... Oder hier. Also da muss ich dringend noch was tun. Gut. Deswegen... Ich bin am Arbeiten, an allem irgendwie und... Ja. So. Gut. Also, wie ihr seht, ein Riesenhaufen. Ja, man kann sagen, Arbeit oder Vergnügen. Je nachdem, wie man sowas sehen möchte. Manches schon fertig, manches noch nicht. Ihr wisst, ich arbeite dran, ich tüftle und ich würde sagen, wir sehen uns bald. Ach, halt! Ein, was habe ich vergessen? Oh, das ist mir gerade runtergefallen. Wartet mal kurz. Liebste Sache. Und zwar... Tada! Ein Fäustling, ein Kinderhandschuh und zwar für Zweijährige ungefähr. Die Anleitung für diesen Fäustling werde ich demnächst machen. Ich werde euch die Anleitung geben. Ihr braucht den nicht so gestalten, wie ihr den hier seht. Ihr könnt den auch komplett einfarbig machen. Ihr könnt auch dieses Gebamsel weglassen. Ihr könnt die Rose weglassen, wie euch das gerne lieb ist. Es soll einfach nur darum gehen, wie strecke ich einen Fäustling. So, und bis dahin würde ich sagen, habt viel Spaß und wir sehen uns. Tschüss!